So, kurzes und knappes Video. Es geht diesmal um die Kühlboxen und wie ihr seht, wir haben hier schon direkt zwei Stück. Den Ort werde ich euch natürlich direkt verraten. Ihr seht schon oben rechts Dirty Dogs. Die stehen auch wirklich immer da zu zweit. Also ich bin schon zweimal hierhin geflogen und jedes Mal standen genau diese zwei Kühlboxen nebeneinander. Wir gehen einfach mal kurz hin. Nur damit ihr genau seht, wo es ist, ist es halt genau hier in diesem Eisladen im Prinzip. Einfach nur hier hochgehen, reinspringen, genau hier hinter der Wand. Hier war noch eine Wand vorher. Also ich stelle dir einfach vor, das Ganze sieht so aus. Einfach hier kaputt schlagen, das kaputt schlagen und schon hatten wir hier, wie gesagt, zwei Kühlhäuser. Und schon habt ihr die Aufgabe fertig. Mehr müsst ihr wirklich nicht machen. Hier habt ihr noch etliche Fische oder was auch immer hier gerade drin versteckt ist. Und ich denke mal, so ist die Aufgabe easy zu machen. Wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, insgesamt wie ich die Aufgaben so mache, gerne ein Abo dalassen, Like dalassen. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Wie gesagt, Dirty Dogs zu dem Eispalast gehen. Mehr ist es nicht. Wir gucken direkt, was wir als Belohnung bekommen. Wie immer, kurze Ladezeit. Man kennt es. Und wie gesagt, die meisten haben sich halt ein bisschen beschwert. Die Videos werden zu lang. Dann bekommt ihr die Aufgaben halt wieder kürzer. Denn ich habe auch keine Lust, mir irgendwas nachsagen zu lassen. No Hate an der Seite. Ah, pures Gold in Teams ist wieder da. Und was kriegen wir als Belohnung? Richtig, den Eisbärebell. Ist ein schönes Spraymotiv. Aber ganz ehrlich, ich finde inzwischen, wir benutzen eigentlich gar keine Sprays mehr, oder? Wann überlegt man selber, wann habt ihr das letzte Mal ein Spray benutzt? Wir reden vom Spray. Also ganz ehrlich, ich eigentlich nur bei Aufgaben. Aber jetzt genug gequatscht. Wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Kostet euch nichts. Und in dem Sinne, viel Spaß noch mit den weiteren Aufgaben. Und haut rein.